Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Keitel, Jürgen, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiners war ein Befehl zu widersetzen! Oh, mein Gott, das ist einfach gelungen! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersterreißiger, treulöser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich sage Feindlinge! Verreicher und Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Gesmoß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal der Aktionen nur verhindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Es hat der Kult daran getan, von jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld, ganz Europa erobert! Verräter! Verräter! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und dann habe ich den Kopfos und -, um die Strecke, wohlfrascht, verstoß! Vielen Dank.